Herzlich Willkommen zu diesem Video. Wir haben hier einen Produktvergleich angestellt mit den besten Produkten, beginnend von Platz 3 bis hin zu Platz 1. Es lohnt sich also das Video bis zum Ende anzuschauen. Die aktuellen Angebote mit den besten Preisen haben wir unten in der Videobeschreibung verlinkt, also unter diesem Video. Unser Redaktionsteam hat eine große Auswahl an aktuellen Bestseller-Produkten und Neuerscheinungen durchleuchtet, von größeren Herstellern, aber auch von kleineren Anbietern und so die besten Produkte in einem übersichtlichen Vergleich zusammengestellt. Viel Spaß damit! Der Standbox-Sack ist als ein hervorragendes Zubehör-Box-Training bekannt. Die vielfältigen Anwendungsmethoden zeichnen die Nutzung aus. Von einem stehenden Box-Sack aus Echleder bis hin zu einem aus Vinylstoß und Produkte von zahlreichen Herstellern im Handel erhältlich. Mit unserem Vergleich wollen wir dir dabei helfen, um die für dich beste Standbox-Sack-Art zu finden. Auf dem Platz 3 unseres Vergleichs befindet sich dieser Sandbox-Sack. Dies ist ein professioneller, freistehender Boxständer für Erwachsene, hergestellt von Homecom, mit hochwertigen Oberflächenmaterialien und Füllstoffen. Er ist für langfristiges Training und Gebrauch geeignet und reduziert die Möglichkeit von Verletzungen. Die drei kräftigen Stoßdämpferungsfedern in der Mitte des Produkts können unnötige Vibrationen wirksam reduzieren, sodass der Hauptkörper des Produkts das physische Feedback besser simulieren und ihnen ein professionelleres Training ermöglichen kann. Darüber hinaus befindet sich in der Mitte des Produkts ein großes chinesisches Schriftzeichen, das für das chinesische Kung-Fu und Kraft steht und nicht nur modisch und energisch aussieht, sondern sie auch dazu inspiriert, im täglichen Leben mehr zu trainieren. Den zweiten Platz belegt der Standbox-Sack von Pearl. Mit diesem preisleistungsstark und absolut ungefährlichen Sportgerät werden sie jeden Ärger schnell wieder los. Sie blasen die zwei Luftkammern des Punching Balls auf und füllen den Sockel mit Wasser. Schon haben sie einen flexiblen und standfesten Sparing-Partner, der jede Menge einstecken kann. Für ihre ganz persönliche Frustbewältigung lässt sich der Punch Ball sogar mit einem Foto ihrer Wahl bestücken. Einfach aufblasen und draufhauen. Nach jedem Schlag richtet er sich sofort wieder auf. Dabei trainieren sie ganz nebenbei ihre Armmuskeln und die Kondition. Für weitere Informationen über die Produkte bitte in der Videobeschreibung auf den Link des gewünschten Produktes drücken. Der heutige Vergleichsjäger ist dieser Stand-Sandsack. Der Sand-Sack ist ideal zur Steigerung der Beweglichkeit, Koordination, Stressabbau und grundlegende Fitness im Büro und zu Hause. Außerdem ist es das perfekte Geschenk für Erwachsene und Jugendliche. Die doppelten TPU-Absorber und vierfache Federung sorgen für eine 360-Grad-Stoß- und Geräuschdämpfung. Für ein intensiveres Krafttraining können die Federn entfernt werden. Der abgerundete ABS-Basistank verfügt über zwölf starke Saugnäpfe an der Unterseite, um den Standfuß am Boden zu fixieren. Für die Beschwerung des Standfußes kann der untere Teil mit Wasser oder Sand befüllt werden. Gewicht bei maximaler Befüllung mit Wasser ca. 124 kg und mit Sand ca. 165 kg. Die Edelstahl-Rohrständer-Konstruktion ist mehrlagig und mantelt. 2 mm dickes PU-Lederoberfläche, hochdichter EPE-Schaumstoff, umweltfreundlicher Gewebepuffer. Reißfest und schnelles Abprallen. Der Boxsack hält Angriffen in Form von Dritten und Schlägen lange Stand und überzeugt mit seiner Langlebigkeit. Zusätzlich ist es wasserdicht und kann auch im Freien verwendet werden. Es ist bestens geeignet, wenn das Aufhängen eines herkömmlichen Boxsackes an Decken oder Wänden unmöglich ist.